Noch lebe ich, lebe jetzt nicht mehr lange Ja, hau ruhig ab, later later later, warum auch nicht Schnell wegporten, bevor er auf andere Ideen kommt Das war übrigens ein Warwick-Geschrei Ich hab gekleckert Hast du es gesehen? Ist alles voll Richtig guter Spieler Ja, die kriegen wir gleich schon Ähm, ja, ähm Ich hab's jetzt Ah, hä, das hat locker getroffen Hä? Ah, hä, das hat locker getroffen Hä? Ich fand leider nicht unten Ich bin doch raus Ich bin doch raus Ich bin raus Alter, wieso spornt das direkt vor meiner fucking Nase? Ist das für eine Mechanik? Stop it Get some help Alter, das hat er auch nicht gemacht Ich konnte hier nichts Oh, ich konnte nicht mehr holten Alter, dieses Ding, what the fuck Das wollte mich Das war, das, was war das? What the fuck? Why? 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 Das wollte ich mir so zu sagen Why? Ja, hier, hey Geh auf Okay, ja, muss ich ja auch Ich brauche ein ADK Doom, hey ADK sind, tut mir leid, das sind einfach kleine Kinder Die verhalten sich wirklich wie kleine Kinder Ihr spielt die Rolle Die am krassesten ins Game rein geht Eine Kaiser ist wahrscheinlich die stärkste Champion hier im ganzen Land Aber nee Du stehst 1-2 oder 0-2 und gibst direkt auf Obwohl du der Champion bist, der am besten ins Spiel da reingehen kommt Uh, diese Ramontik hier plötzlich Erklär mal das mit den Blumen und Bienchen Okay Wir haben auf Talon 62% Das ist okay Das ist okay Ähm Die Blumen und Bienchen Es ist so Wenn ein Männchen ein Weibchen gut findet oder auch umgekehrt Dann kommen sie aufeinander zu Dabei kann es passieren, dass das Weibchen mit einem Paarungsfalten vorzufinden ist Und sie ihren Booty shaked Um das Männchen anzulocken Es kann aber auch ebenfalls andersherum sein Dass das Männchen versucht die Muskeln spielen zu lassen Und äh Einen charismatischen Blick aufsetzt Und das Weibchen Ich wollte gerade Q machen für Yasuo Q aber ich bin jetzt halt Das Weibchen ebenfalls zu beeindrucken Ne Und irgendwann wird es dann Kann es sein, dass sie sich näher kommen Weiter kann ich jetzt nicht ausführen Denn Wir sind noch Leute unter 8 Pretty einfach Ich meine er hat wahrscheinlich meinen ganzen Jungle leer geräumt Ja Kann ich für Kha'Zix gehen? Ich würde es machen Ich würde es versuchen Hat der gerade geultet? Habt ihr es gesehen? Bestimmt er Der hat safe geultet Doch hat der Ich würde es machen Ich würde für den gehen Der geht jetzt für das Ward Boing So viel Damage ist ja komplett explodiert Der ist ja komplett escalated 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 Frage ist ob ich den hier Schaffer Ja, ruhig Aber Frage ist ob ich den nochmal wegschwomme Nein, natürlich nicht Jetzt lange wird Dings halt ausrasten Nehmen wir auf jeden Fall den ja Weil der gibt mir Geld Und Da kam Lecker Lecker Will der, dass ich farme? Oder Friesen Okay Ein paar kann ich aber nehmen Ja Oh shit Surprise Motherf*** Ich glaube Also eigentlich bin ich jetzt nicht so, dass ich unbedingt sagen würde ich muss dodgen Aber das game dodgen wieder, weil guckt euch das an 44% 0% 0% 44% Ich meine das bin ich aber Das ist ja nicht die beste Voraussetzung Der kleine Racker du Der kleine Racker du Kacker du Achso, ich wollte noch ein Champion raten Okay, passt auf Ein Champion Ähm Es ist ein Champion Wir machen es lau hoch Jeder hat nur eine Chance Es ist ein Champion Er hat Einen Umhang Er hat Lange Ohren Lange Ohren Habe ich jetzt recht dir das Essen zu verbieten Auf jeden Fall tut ihr sie Vielen vielen Dank nochmal an dieser Stelle Ähm Aber nein Also Essen verbieten ist komplett vorbei Ähm Hier, also es wurde schon geschrieben und der richtige es wäre Also Cain hat auf jeden Fall Bock auf mich Das sieht man Wir gönnen uns nochmal Ich glaube wir gehen Rune King als erstes Item Leute Ich glaube Cain im 1&1 besiege ich auch wohl Aber Problem ist Ja, dass deren Portlane halt zuerst da war Ist aber okay Naja, wir fahren uns jetzt ein bisschen hoch Und dann klappt das schon Ja, hier so eine Laterne hin Heilige Mayonnaise Vielleicht können wir sie irgendwie getten Oh mein Gott Schade, ich krieg sie leider nicht Aber wenn Ja, later, alter Later Maka fucking Raider Ich mein In Silber hat doch eh keiner Gold, oder? Können wir das live stehlen? Was? Was? Also das wusste ich auch noch nicht Also koop ...omi leben werden Auf Gangbang hab ich nicht so viel Lust Ich muss das sagen psim Jajajajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj warum nicht ja genau ja genau do you miss samur von bord aber hat auch gar nicht so viel leute hier ich habe teleport aber warum würde der sowas machen wollen also es gibt kein grunde als machen so dann gucken wir mal was hier so geht und banana 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 ja schön banana e auto attack ignite auto attack solo banana banana ja wer kennt es nicht wer kennt nicht die auto attack level 2 soraka press the attack soraka 70 damage alter übel war hier oben noch jemand schafft mir den weiß ich glaube nicht aber ich falle trotzdem ja weil jetzt ich bin ja ich okay stop bevor ich sterb danke inzwischen stimmt stimmt schon gleich darauf geachtet es kann ein bisschen besser sein warum was ist los what is going so wen honnen wir ah ich würde sagen feig war schon krass glaube ich wie schon zerstört man den rennen ganz einfach nutzt einen skill den du heimlich versteckt hast plus 19 ist okay ich bin aktuell immer noch so ein bisschen am struggle was man im er geht ich war immer ein paar mal bei minus lp ich glaube sie ist wieder ganz okay der plus 19 klingt nicht viel aber ich glaube in diamond 5 ist das okay wir müssen aber ich brauche nur ein auto attack brengo bitte nicht bitte nicht nicht schon wie kann man denn so viel fächern wie ich es habe ich habe kein mana oh mein gott bitte neee oh mein god ah das war knapp das war knapp was ein game hier schon wieder hier ist aber auch wirklich alles los leute wenig lol spiele habe ich das problem nicht ich habe es eher in cisco gehabt also der zählte nicht getroffen der hat gibt aber hier raus ja und sie ist wir können gleich aus euch am rennen kann die knock-up gleich ein